Shelly muss jetzt hier trotzdem du musst jetzt sagen weil du glaubst wer es ist ja dann sagt man so einen schwarzen wie Kaffee warte stopp guck weg guck weg stopp ich muss mir das Video sagen ich weiß wer die Person ist ich wurde gespoilert shit es ist soweit ich weiß wer es ist jetzt guck Shelly wird erzählen wer es ist es ist soweit Film geschafft Shelly muss es aber sein es ist soweit es beginnt oh alle die Shelly kenne ich nicht ich kenne nur die Person es beginnt genauso yes ich werde gleich sehen gleich Feuer oh dunkle Seelen könnte man jetzt denken oh dunkle Seelen hätte ich jetzt gedacht also was merken wir so Figuren sind alle geworden ich weiß es überhaupt nicht hätte man vielleicht eine Stimme oder so es ist auch schwer ich warte auf ein Erwachen ich finde es sieht so sehr wie dunkle Seelen aus sieht es aus wie die Person beim Feuer nein ehrlich gesagt nicht ich hätte dunkle Seelen gedacht weil da ist doch immer so Feuer Lagerfeuer irgendwie das macht es schon spannend hier yes ich weiß absolut nicht mehr gleich gleich kommt sie aus dem Feuer oh ok oh nein oh nein ich habe eine Ahnung ich habe gewonnen ich habe gewonnen oh nein 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 ich habe gewonnen nein 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 das kann nicht wahr sein das wäre jetzt die schwierigste Verspottung wenn es auf einmal irgendwie so ne niemand anderes was zum Geier einfach nur die letzte Person Hupka ist für das gestorben oh nein ich habe gewonnen die Wette mein Wunsch wurde wahr es sind zwei Personen ich verstaub Geschossauber spiel Geschossauber spiel Geschossauber spiel das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein ich sage es mal so yes als ob ihr das nicht schon seit über einem Jahr weiß das macht so viel Sinn ok Wolkenhaft ist mir so ein Flatten er kann doch ein bisschen ok na sieh auch nicht dieses Bild so einfach dieses Endbild jetzt hätte es noch so enden müssen jetzt der Bildschirm wird schwarz und ganz plötzlich hu hu auf und da